Hey Leute, hier ist Ansu. Wir sind heute unterwegs und spielen Pokémon GO und ich hoffe, ihr versteht mich halbwegs gut. Ich habe heute nicht meine eigene Kamera dabei, weil ich meine Kamera gespottet habe mehr oder weniger und sie gerade auf dem Weg zu Sony ist. Und deswegen habe ich mir heute eine andere Kamera ausgeliehen und ich hoffe, dass es dann trotzdem genauso funktioniert. Wir sind jetzt gerade unterwegs und spielen Pokémon GO und ich mache mal meine Dödschen. Hallo? Genau, das bin ich. Und wir locken jetzt hier so ein bisschen rum, looten so ein bisschen und dann wollen wir nachher mal versuchen auch den Rauch einzusetzen, um dann ein paar mehr Pokémon zu fangen und ich kann direkt mal hier ganz viele Pokébälle. Ja, genau. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Ich habe was. Ich habe ein Zuber. Was hast du? Ein Zuber? Ich habe einen Hobby-Tag. Aber wieso habt ihr alle Pokémon und ich nicht? Kann ich bei dir schnurren? Warte mal, hier ist gerade, hier ist gerade das Ledermaus. Nee, ich kann hier warten. Zubat! Ich kann Zubat nicht fangen. Ich bin zu unfilch dafür. Wieso haben alle Pokémon, nur ich nicht? Kann ich bei dir schnurren? Kann ich auch schnurren, weil ich habe auch keine mobilen Daten mehr. Hat der mal eine Powerbank? Ja, kann ich dem nachher was abgeben. Wir kriegen Internet. Wieso habt ihr alle Pokémon? Das ist nicht okay. Ich habe kein Pokémon. Irgendwo da hinten ist gerade Gras gewesen. Wir gehen jetzt mal gucken. Das heißt nämlich, seht ihr das? Diese Gras-Animation. Und das heißt nämlich, da wo Gras-Animation ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwo ein Pokémon ist höher. Habe ich gelesen. Deswegen, schauen wir mal. Aber irgendwie sind hier keine Pokémon. Das Spiel möchte mich verarschen. Irgendwie bin ich die Einzige, die noch kein neues Pokémon bekommen hat. Und ich weiß nicht warum. Ich mache gar nichts anderes als die anderen. Hier sind halt immer so Gras-Animationen und ich gehe sogar extra zu den Gras-Animationen hin. Aber irgendwie kriege ich trotzdem kein Pokémon. Er hatte gerade ein Shiggy in seinem Ei. In einem 2km Ei hattest du ein Shiggy? Ich hatte in meinem 2km Ei nur einen Raupi und er hatte einfach mal ein Shiggy in seinem 2km Ei. Das ist nicht okay. Ich habe jetzt auch endlich mein erstes Pokémon. Und zwar ein Nebelag. Es ist nicht mein erstes erstes, sondern für heute das erste. Also für jetzt. Oh Gott. Kriege ich das hin? Ich kann nicht mit der Hand zielen, aber ich finde es so schlecht. Zum Glück habe ich ganz viele Poké-Bälle. Ha! Jetzt habe ich es. Yay! Und jetzt gehen wir gleich nochmal hier hin, weil hier hinten ist auch gleich nochmal irgendwo ein Poké-Stop. Und genau so sieht es aus, wenn man Pokémon gefangen hat. Yay! Mein Spiel ist übrigens auf Japanisch. Weil meine Systemsprache meines Handys zur Zeit Japanisch ist. Deswegen nicht wundern, wenn hier alles irgendwie auf Japanisch steht. Und Nebulag heißt übrigens im japanischen Gozu. Gozu. So. Und dann? Ja. Okay. Alles okay. Ja. Und dann können wir nämlich hier noch den Poké-Dings mitnehmen. Das, was man da vorne sieht, ist übrigens eine Arena. Und ich kann schon in die Arena gehen. Ich habe schon ein, zwei Arena-Kämpfe ausprobiert. Aber irgendwie kackt die App bei mir immer ab, wenn ich in der Arena bin. Also ich weiß nicht ganz genau. Hattest du das Problem auch, dass wenn du in der Arena bist und du am Verlieren bist, dass die App abkackt? Weil bei mir war dann einfach... Ja, das ist... Auch bei mir und bei uns auch. Ja? Okay. Dann habe nicht nur ich das Problem. Was? 99. 99? Na cool. Du hast ja eine Powerbank dran. Was sagt deiner? 58. Und deine? 80. 80. Akkustand? Also durch den Hotspots sind das schon 20 Prozent weniger. 58. Ich bin jetzt bei 27. Ich habe noch 80. Willst du eine Powerbank haben? Doch. Okay. Okay. Ein Paras auf der Straße. Wasser. Wuhu. Hui. Oh. Nein! Es ist... Nein! Nein! Es ist rausgesprungen und war weg. Ich konnte es nicht noch machen. Das ist noch nie passiert. Oh mein Gott. Aber hier ist ein Pokerspot. Den können wir mitnehmen. Alter Keks. Ohne Ohrsand. Alles klar. Wer hat diese Texte geschrieben? Ich kann den Pokedex nachgucken ob ich gelootet habe oder nicht. Ich schau mal nach. Hier. Da. Wo kann man nachgucken? Wo kann ich nachgucken ob ich gelootet habe? Geh mal zurück. Klicke mal auf den Pokéball. Und bei... Guck mal bei mir. Oben auf... Ne links. Bei Pokémon. Ne Pokémon. Ja und da hast du die ganze Liste. Du kannst sie theoretisch auch... Ne hab ich gelootet? Du kannst auch seit Zeit... Ne das doch nicht. Ich meine ob ich gelootet habe. Es gibt auch irgendwo so eine Übersicht wo man sieht was man... Das ist bei Items. Rechts. Also nochmal auf den Pokéball und dann rechts. Items? Da ist das Tagebuch. Ja das Tagebuch suche ich ja gerade. Warte. Da unten. Da ist kurz runter. Das ist das Tagebuch. Warte mal. Da ist das Tagebuch. Achso das ist das Tagebuch. Ja genau. Hier ist das Tagebuch. Da sehe ich, dass ich irgendwie nicht gelootet habe. Ey die App will mich manchmal verarschen. Jetzt probieren wir nochmal zu looten. Das funktioniert schon wieder nicht mit dem Looten. Krabbi habe ich schon. Krabbi war bei mir im Badezimmer heute früh. Du hast eine Ratte in deinem Bett und eine Krabbe in deinem Badezimmer. Ja. Ja ich hatte Ratzfatz in meinem Bett und Krabbi in meinem Badezimmer. Ich habe jetzt ein Abzeichen bekommen, dass ich 10 Pokémon gefangen habe. Aber ich habe schon mehr als 10 Pokémon gefangen. Da steht. Yatta. Was soviel heißt wie super, gut, toll. Medaaru o getto shita. Was soviel heißt wie du hast eine Medaille bekommen. Doku-Type no Pokémon wo 10, keine Ahnung, Maeta. Also wahrscheinlich. Ah wahrscheinlich. Doku-Type. Doku. Richtig. Wahrscheinlich irgendwas so von wegen. Ich glaube es ist eine Medaille, dass ich von 10 verschiedenen Typen Pokémon gefangen habe. Oder zählen wir dasselbe? Ne das habe ich glaube ich noch nicht. Oh mein Gott das wird überfahren. Nein doch nicht. Yay. Gefangen. Verdammt jetzt habe ich schon raus. Yay. Kannst du aber schon mal die Powerbank aus meinem Rucksack holen? Nein dafür geht alles, wird alles kaputt. Die Millionen ab müssen alles geboren. Random kam gerade die Meldung. Lebe du ab. Also level ab. Das ist alles kaputt. Das ist alles kaputt. Random kam gerade die Meldung. Level 6. Level 6. Level 6. Ich habe es irgendwie gar nicht mitbekommen. Ich bin jetzt Level 6. Socht dir. Sehr schön. Danke. Kann nicht treffen. Was ist denn jetzt hier los? Ich sehe ja gar nichts. Was soll denn das? Ha jetzt. Yay. Dann kann ich Ratsfahrts leveln. 75. Ratsfahrts leveln. Okay und los geht's. Ich hab gewonnen. Oh mein Gott. Ich hab das erste Mal gewonnen. Oh es geht weiter. Oh mein Gott. Du bist tot. Nein. Ja super. Ich hatte ja auch nur ein Pokémon. Jetzt muss ich erstmal mein Dingsy wieder beleben. Warte mal. Die sind tot? Ja die sind tot wenn die. Nein. Aber ich habe ja Items und zwar hier. Das ist zum Beleben. Das ist zum Sinn. Das ist noch nicht mal tot. Siehste mal. Das ist echt gut. Stimmt wenn wenn. Nee du hast je nachdem wie stark die sind. Du hast drei Ebenen. Wenn die. Wenn die Arena zu deinem Team gehört. Und das war ja gerade eine rote Arena. Und ich bin ja rotes Team. Dann stirbt dein Pokémon nicht. Dann musst du kein Beleb einsetzen. Ich würde jetzt meinen Rauch einsetzen. Wenn man nicht eher noch mehr im Park einsetzt. Achso dann ist halt eine halbe Stunde das Ding. Ja es hält eine halbe Stunde. Also wir sind jetzt hier schon mehr im Park drin deswegen. Lass mal machen. Okay. Dann gehen wir zu den Items. Und dann hier Rauch. Und das geht automatisch. Du hast dich jetzt so reingesetzt. Und jetzt erscheint hier rechts oben. Ah ja jetzt ist es da oben. Den Rauch muss ja jeder einsetzen. Ja jeder. Es ist nur wenn du ein Modul an irgendeinem Pokospot anbringst dann. Wie war das jetzt hier? Oh hier ist direkt eins gekommen. Yeah. Habe ich das jetzt eingesetzt? Ja habe ich. Direkt eins. Du müsstest oben so ein Zeichen haben. Ja hab's da. Noch ein Nidoran. Direkt gefangen. Ich glaube auch ein Nidoran. Dann sehen wir mal wie gut der Rauch dann auch ist. Seht ihr das? Ein pinker Rauch der mich umgibt. Ist das toll. Pinker Rauch. Also ein bisschen was scheint der Rauch vielleicht doch zu bringen. Mal sehen. Oh was habe ich denn jetzt schon wieder? Schon wieder irgendeine Medaille. Nummer type no. Pokemon o. Ah wahrscheinlich habe ich 10 Pokemon vom normalen Typ gefangen. Glaube ich. Das könnte das heißen. Wahrscheinlich war das vorhin auch, dass ich von irgendeinem bestimmten Typ irgendwie so und so viel gefangen hatte. Was ist denn so in der Nähe? Es sind aber keine schönen Pokemon in der Nähe. Hallo. Hier gibt's Enton. Ich habe kein Enton. Ach doch da. Wird's im Wasser. Da wird bestimmt Kapador. Ich weiß nicht ob das so schlau wirklich ist das Spiel. Ist ja lustig. Ich bin mir da auch nicht so sicher. Also ich fand es lustig, dass ich einen Krabi glaube ich in meinem Bad gefangen habe. Aber ich glaube nicht, dass dieses Spiel wissen kann, dass ich in meinem Bad war, als ich das Krabi gefangen habe. Es wäre ein bisschen creepy, wenn das Spiel wüsste, dass ich in meinem Bad war zu dem Zeitpunkt. Das wäre ein bisschen krank. Aber bei so einem See, da kann das schon sein. Ja bei einem See kann ich mir das echt vorstellen. Oder halt auch bei so einem Freibad oder sowas. Yeah. Es lädt wieder. Das ist schon mal gut. Also wenn es lädt, ist es schon mal so, ja dann geht es gleich weiter hoffentlich. Oh ja jetzt geht es wieder. Yay. Und mein Rauch ist jetzt noch bei 13 Minuten. Das heißt die Hälfte meines Rauchs ist jetzt schon weg. Mehr als die Hälfte. Und ich habe gerade mal zwei Pokémon gefangen. Aber hier ist gerade ein Pokémon. Also den Bildschirm. Laut meinem Bildschirm sehe ich deinen Bildschirm. Das ist gut. Nice. Yay. Jatta. 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 Yay. Ich glaube keine Ahnung wie es heißt. Mal sehen wie es auf japanisch heißt. Irgendwas mit U war es auf alle Fälle. Ich weiß nicht, ob das ein Chi oder ein Zu ist, Utsudon oder Ushidon oder keine Ahnung. Jetzt ist hier voll die Nachtanimation irgendwie. Es ist jetzt 19 Uhr und wahrscheinlich ist hier 19 Uhr geht die Nachtanimation an. Also 10 Minuten habe ich jetzt noch meinen Rauch und ich hoffe immer, dass wenigstens noch ein, zwei Pokémon kommen, weil sonst hat sich das gar nicht so gelohnt. Und nach einer gefühlten Ewigkeit bin ich jetzt endlich wieder drin und hier sind einfach mal Evolis und Magmas in der Nähe. Das heißt, ich gehe jetzt auf die Suche nach einem Evoli. Okay, hier ist halt gerade so Grasgeraschel und so auf der App, deswegen müssten hier voll viele gerade sein. Hast du ein Magma? Also eigentlich müsste hier direkt irgendwo ein Magma sein, aber irgendwie hier sieht es auch aus, als wenn da was ist. Und ich kann es auch irgendwie anklicken, aber vielleicht gehe ich einfach mal nochmal ein paar Schritte. Und warte mal kurz, weil es aktualisiert nämlich die ganze Zeit. Magma! 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 Und dann war das Pokémon da, aber es ist ein Magma, deswegen, ja, no risk, no fun! Die ganze Wiese ist am Rascheln, das ist voll krass. Es sind eh wohl die Muster drüben. Es lädt und lädt und lädt, aber wie kommen wir auf jeden Fall rein? So, jetzt gucken wir mal, ob das Magma da ist oder nicht. Magma ist da! Yay! Magma! Ich habe schon wieder eine Medaille bekommen. Und zwar dieses Mal ist es Pokémon O! San... Keine Ahnung. Also wahrscheinlich... Ich habe 30 Pokémon gefahren. Oh, und gleich noch eine. Dieses Mal war... Hikoku-Type-No-Pokémon-O! Wahrscheinlich fliegen, oder? Oder sowas? Vielleicht zwei Medaillen auf einmal! Ich bin schaden. Ich bin jetzt nicht. Mann! Könnt ihr mal nicht immer die Gruppe zu spammen, wenn ich gerade Pokémon fangen will? Was? Oh nein, jetzt ist es abgestürzt. Nee, oder? Ja, und ich habe es noch nicht gefangen. Oh nein! Nein! Nicht, dass es jetzt weg ist. Ja, wahrscheinlich. Warte mal. Es ist abgestürzt. Ich habe jetzt ein Magma Level 300, sonst was. Ich glaube, es hat eben nicht gefilmt, als ich das gefangen habe, leider. Aber das ist jetzt krass. Weil dann kann ich jetzt auch mal Arena-Kämpfe machen und gewinnen und nicht immer nur mega ablosen. Mann, warum sind die bei dir immer so früh da? Ich habe einen Knorpenser! Knorpenser! Hey, jetzt ist es wieder weg. Jetzt ist es wieder weg. Wir können mal versuchen, noch mal zu looten. Weil in letzter Zeit habe ich lange nicht mehr gelootet, aber das Looten ging halt auch irgendwie vorhin immer nicht. Trinkbrunnen. Warte mal, wir warten mal, bis das Bild vielleicht da ist. Das Lustige ist halt auch, dass man ganz viele tolle Sachen mit dieser App neu entdeckt, wenn man denkt so, oh, wo ist das denn und wo ist dies denn? Ja, das ist voll gut. Ich glaube, der Trinkbrunnen, das könnte das da sein. Also, ich brauche ja nicht mehr hingehen. Ja, mir funktioniert es meistens auch, wenn ich das Bild noch nicht sehe. Da, ja. Bei dir ist das Bild sogar schon aufgetaucht. Und kann ich looten? Lädt und läd und läd und läd und läd. Oh, ich kann looten, na Mensch! Ich bin drin! Es gibt noch nichts in der Nähe. Ne, es gibt nichts in der Nähe, es lädt noch. Da, es lädt und lädt und lädt und lädt. Ich habe übrigens noch 10% Akku, aber es ist jetzt auch schon an der Powerbank angeschlossen. Es scheint nicht so richtig zu funktionieren, weil er lädt halt nichts. Vielleicht gebe ich euch nochmal ein kleines Zwischenfazit. Also, wir haben jetzt doch noch ein, zwei coole Pokémon gefangen. Ich hätte gern noch das Evoli bekommen, aber wie gesagt, funktioniert der Server gerade nicht mehr. Aber dafür habe ich ein Magma, was irgendwie Level 300 und sonst was ist. Was ich eigentlich ganz cool finde. Und, ja, also ich weiß nicht. Ich muss sagen, wenn das Spiel funktioniert, macht es mega viel Spaß. Auch wenn es viel Akku zieht. Aber wenn man halt sich darauf vorbereitet und eine Powerbank mitnimmt und so, dann kann man schon mal so eine Aktion starten, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt mal ein paar Stunden raus und fange halt wirklich mal ein paar Pokémon. Aber wenn der Server halt dann dauernd zwischendurch abkackt, ist es halt ein bisschen scheiße, weil man dann übelst viel Zeit verschwendet und dann ganz viele Pokémon verpasst, wie jetzt zum Beispiel das Evoli. Aber, naja, mal sehen. Vielleicht kriege ich noch ein, zwei Pokémon heute. Aber an sich bin ich schon mit der Ausbeute ganz zufrieden. Denn ich habe mehrere Medaillen bekommen, bin in ein Level aufgestiegen und habe auch einige Pokémon bekommen. Wenn die Server die ganze Zeit zwischendurch abkacken, ist das ein bisschen doof. Aber ich denke mal, mit dem offiziellen Release wird sich das Problem dann vielleicht noch ein bisschen beheben und dann wird das Ganze auch eigentlich ganz cool werden. Weil wenn es dann immer noch so ist, ist es ziemlich scheiße. Aber ansonsten muss ich sagen, dafür, dass es jetzt so eine inoffizielle Version ist, fand ich es schon ganz cool. Und es kann nur besser werden. Und dann machen wir einen Arena-Kampf. Wir versuchen jetzt die gelbe Arena einzunehmen. Und dann machen wir einen Arena-Kampf. Und dann machen wir einen Arena-Kampf. Wieso geht er nicht tot? Was? 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 Alter, wieso ging er nicht tot? Ich habe ihn viel öfter getroffen. Naja, gut. Schade, aber 100 xp. Und ich habe schon wieder eine Medaille bekommen. Und dieses Mal ist es... Pokestoppu! Oh, ähm... 100... 100? Ja, 100... Wahrscheinlich 100 Stück. Bin ich irgendwie abgegangen oder so. Yatta! Medaille gettoshita! So, ich bin jetzt mittlerweile zu Hause. Und auf jeden Fall wollte ich euch ja nochmal zeigen. Welche Pokémon ich jetzt heute so gefangen habe. Und dazu sortieren wir die mal nach der Zeit. Wo ich die gefangen habe. Und das erste, was ich heute unterwegs gefangen habe... Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr. Hm. Okay, aber wir schauen einfach mal. Also... Ich habe auf jeden Fall ein... Zubat heißt der, glaube ich. Also... In Japanisch heißt der... Kompon. Dann habe ich ein... Magma, heißt der, glaube ich. Magma gefangen. Und in Japanisch heißt er... Hm... Buba. Dann ein Taupsi, was einfach mal Poppo im Japanischen heißt. Dann noch ein Magma. Und dann dieses, wo ich gerade gar nicht weiß wie es heißt. Noch ein Taupsi. Dann ein Nidoran, glaube ich. Nidoran, heißt das auch. Ja stimmt. Nidoran. Ein Ratzpatz. Ratzpatz heißt im Japanischen... Korata. Dann noch ein Nidoran. Dann habe ich ein Zubat gefangen. Ein Nebulak. Und noch ein Taupsi. Und die anderen habe ich halt alle früher gefangen. Also eigentlich war es schon eine ganz gute Ausbeute. Aber ich muss sagen, der Rauch hat jetzt gar nicht so viel gebracht. Vor allen Dingen, weil wir halt auch ziemliche Serverprobleme hatten, als dann der Rauch gerade aktiv war. Und wir hinterher eigentlich noch mal viel krassere Pokémon gefangen haben, wie halt die beiden Magmas. Und deswegen... Eigentlich gab es in der Nähe noch ein Evoli, was ich gerne... Ähm... Was ich gerne bekommen hätte. Aber das haben wir dann nicht gefunden. Weil genau als wir an der Stelle waren, wo das Evoli hätte sein sollen, waren wieder Serverprobleme. Und... Ach naja. Ich hoffe mal, dass das mit den Serverproblemen besser wird, sobald dann die offizielle Version draußen ist. Weil dann sollte es funktionieren. Jetzt sage ich mal, kann man da noch drüber hinwegsehen. Aber es war trotzdem alles in allem eigentlich ein ganz cooler Tag. Und... Ja... Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick in das Spiel bekommen.